Deine Stars bei Radio Teddy Hey Leute, mein Name ist Vincent Weiss und ich bin Sänger von dem Song Musiksein und Feuerwerk und habe jetzt gerade mein eigenes erstes Album rausgebracht. Und ich bin letztens auf der Bühne, als ich eines meiner ersten großen Auftritte hatte, war ich gerade aufgeregt, bin in ein kleines Loch reingefallen, wo Lampenarbeiten rauskamen, das habe ich nicht gesehen. Wir haben direkt auf der Bühne eine Seite hingelegt und unter großem Gelächter wieder aufgestanden. Aber das passiert und ich hoffe, das passiert nochmal, weil es relativ lustig war. Und ja, grüße alle Radio Teddy-Hörer, viel Spaß, schönen Tag noch und bis bald.